So, ihr könnt jetzt schon mal alle euren, ähm, ja, yeah, sieben Kohle, ihr könnt jetzt alle schon mal, ähm, ja, keine Ahnung, die Hallen aktualisieren oder sowas, weil ich jetzt gleich den Dings wechseln werde, juhu, Steinequests. So, jetzt natürlich aber erstmal vielen Dank an euch fürs Mitmachen, fürs Mitjagen und und, no, ich bin nämlich fertig, haha, und, ja, wir werden jetzt natürlich erstmal wechseln, genau, Fanks vor der Hand, war sehr schön, waren ein paar schöne Runden, ich wechsle jetzt wieder auf den großen Bildschirm, Kohle, 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 zack, achso, stimmt, jetzt kann ich ja auch kurz, Fanks vor der Hand, jetzt kann ich ja auch kurz, Blufflox, wenn du gerade eben dabei bist, ähm, nee, Blufflox, wenn du gerade eben da bist, ich versuche, hier mal kurz rauszukommen und dann zeige ich mal kurz das Ding, damit du ungefähr siehst, weil das kann ich jetzt gerade machen, weil das schneide ich ja eh gerade raus, ähm, ich soll das Passwort vorerst ändern, ne? Ja, ich erinnere das Passwort zuerst, dann zeige ich kurz das, ähm, das Krokodil und dann passt alles, Passwort, ähm, Okay, Passwort wurde geändert, wunderbar, dann ist kein Neuer dazu gekommen, okay, so, wie gesagt, dann tue ich das ganze Zeug nochmal kurz weg, oh Gott, ich komme hier gar nicht raus, das ist das Problem, ja, viel zu verkabelt hier alles, ja, das Krokodil, so, ja, sieht man's? Das hier ist das gute Stück, und wie gesagt, du hast, du hast ziemlich gut getroffen, du hast richtig, richtig gut getroffen, das bleibt hier jetzt irgendwo stehen, wo steht's denn ganz gut? Da so, und das Problem ist halt, auf der anderen Seite, da ist einfach nichts, das ist ein 2D-Kroko, wie heißt das? Es, es hat keinen Namen, es ist einfach bloß das Kroko. Ähm, bleibst du da stehen? Kleiner? Kleiner Mann? Er legt sich hin. Na komm schon, na komm schon. Ähm, oh, geht so. Okay. Äh, was ist mit meinem Kroko? Du hast das Kroko doch noch gar nicht geschickt. Ich meine, kommt der Kick, mir tut der Arm schon weh gleich. King K. Rool Jr., hahaha. Ich war nah dran, wie gesagt, es hat echt gut gepasst. Ähm, Kroko müde, Kroko muss schlafen. Wie gesagt, dein, ähm, dein Kroko hab ich nicht gesehen. Du hast keinen, keinen Link gepostet, beziehungsweise du musstest einen Mod, musst du theoretisch deinen Link, ähm, flüstern. Und dann passt die Sache. Äh, dann kann der das mir senden. So, äh, ups. Ein tolles Kroko, ja. Äh, wo ist beim Kroko hinten und vorne? Äh, da sind die Augen und das sind sein, das ist hier auch sein Schwanz. Mit seinen Schacheln drauf. Es ist auch mehr so eine Art Drache oder so irgendwas, weil er Schacheln hat, farbige. Das ist ganz komisch und hat diese komische, äh, komische Nase da vorne, ne? Es ist total süß. Oh mein Gott, hatte ganz vergessen, dass du heute Streams. Hallo an alle. Hallöchen Eistee, schön, dass du dabei bist. Was? WhatsApp Kroko mit all den Kark, äh, mit all den Charakters. Was? WhatsApp Kroko? Weiß ich gar nicht. Was meinst du denn? Keine Ahnung. Du könntest ja ein, äh, Change Command machen für den Wechsel. Achso, somit, ähm, alle mal den Dings aktualisieren und sowas. Könnte ich machen. Krokolos hatte was. Oder hätte was. Ja genau, ihr könnt ihn jetzt einen Namen geben. Äh, es kam K. Rool Junior oder Krokolos. Krokolos klingt cool. Das Kroko ist ein neues Monster in MHX. Ich würde es feiern. Ähm, so. Äh, jetzt machen wir erstmal weiter, denn, äh, Dings seht ihr ja noch nicht. Genau, Passwort. Passwort kommt jetzt gleich. Und ja, jetzt natürlich erstmal alle aktualisieren, alle bereit halten und dann geht's auch gleich los. Passwort ist nämlich wie folgt. Oh, was hab ich denn da gemacht? Merkwürdig. Lags? Lags ist nicht gut. Soll damit nicht von mir kommen. Das ist aber gerade, na gut, okay. Ähm, nein, Bob wär zu langweilig. So, wie gesagt, jetzt kommt erstmal das neue Passwort in den Chat. Also alle bereit halten. Das ist das neue Passwort und damit könnt ihr jetzt auch wieder joinen. Langes Passwort. Hahaha. So. Jetzt anrufen und voten. Abudi, äh, Wier, Wierus und Mero. Mero war, glaube ich, auch schon das letzte Mal dabei, oder? Täusche ich mich? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber, Halle ist schon wieder voll, wunderschön. Ha, ja. Und. So. Genau. So, wunderbar. Das passt. Jetzt auch immer das nicht mehr passt. Aber gut. Wird schon alles passen. Nein, schon wieder nicht. Ja, ist dann halt immer ein bisschen blöd, aber ich kann nicht jeden reinlassen. So. Achso, das, ähm, wenn das Command Virus heißt das. Das ist aber kein R. Das ist ein Ad. Oder das ist ein Copyright. Dann passt's. Passwort ist nicht korrekt, dann hast du nicht aktualisiert. Habe ich doch gerade eben noch gesagt. Du musst aktualisieren. Ich bin viel zu langsam. Hm. Und dann nicht immer jeder fragen muss. Ja, wie gesagt, aber Hallen-ID und Passwort steht ja unten dran. Und ich sag's ja dann immer jedem. Ah, genau. Glückwunsch an dir, die drin sind. Einer hat gerade eh noch geschrieben, dass das ein Ding ist. Das ist ein R im Kreis. Ah, okay. Dann ist es. Ja, genau. Das ist ein Virus. Okay. Habe ich schon gesagt, dass ich Kibaro bin? Äh, ja. Hast du. Hast du, ja. So. Kuschala ist das. Glückwunsch. Und dann geht's hier weiter. Iuprey im Weg. Erlege zwölf Iupreys. Das ist, äh, easy. Ähm. Ja, machen wir einfach mal. Ja, genau. Das scheint irgendwie ein Fehler zu sein, dass er das dann nicht, nicht kapiert. Ich bin der Budi. Okay. Äh, so. Packen wir den ganzen Schrott mal wieder weg. Und dann geht's weiter. Jetzt bin ich beleidigt. Ich hab's aber angesagt, du musst aktualisieren. Das ist so eine Sache, ja, das kann man, man kann nicht jedem dann das nochmal erklären. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Aber jetzt weißt du's. Da muss halt jeder mal so ein bisschen die Fehler machen. Und dann klappt die, äh, klappt die Sache. So. Ich erwende es mal so. Ich suche jetzt mal einen Hunter-Name in den Monster Hunter Games. Okay. Hab noch was zu dem Change-Command geschrieben, falls du es noch nicht gelesen hast. Ähm. Müsste ich wieder, müsste ich wieder hochscrollen. Ich hab da was, ich hab da was gelesen. Was war denn das? Hab ich's gelesen oder hab ich's nicht gelesen? Kann ich da nochmal hoch? Und dann nicht immer jeder fragen muss. Ja, wie gesagt, das steht ja, steht ja unten dran. Das ist es, ja. Äh, Gildenkarte nehm ich natürlich sofort an. Ja. Und euch allen kann ich natürlich auch meine Gildenkarte nochmal senden. So, das läuft noch. Äh, ja. Knopf drücken. Darf ich dann die Gildenkarte? Wie gesagt, schon geschickt. Neues MH, Glücksspiel. Jetzt hab ich ein Grund und ein neues Ziel für 2016. Achso, ja, genau. So, und los geht's. Äh. Noch nicht los geht's? Wer ist noch nicht bereit? Jetzt geht's los. Genau. War nur ein Vorschlag, ähm, musst du wissen. Ja, ja, klar. Wie gesagt, ist ja auch nicht schlimm. Bloß, ja, dafür hab ich's ja unten hingeschrieben. Das sollte eigentlich auch jeder verstehen. Und, ja, das passt dann eigentlich auch. Ähm. Hab ich noch mal eine Chance mitzumachen? Ja, du hast ab 23 Uhr noch mal eine Chance mitzumachen und ab 0 Uhr. Das heißt, immer jede Stunde wechseln wir dann durch. Oder kurz nach jeder Stunde. Und wie gesagt, dann passt das auch wieder. Dann kannst du da auch wieder joinen. Das hätte ich an sich auch noch mal in die Dings aufnehmen sollen. In die, ähm... Na, egal. Ähm... In die... In das Regelwerk. Kann ich dann das nächste Mal machen. Äh, naja, die Viecher... Das ist jetzt gar ein bisschen blöd, mit den Doppelschwertern die Viecher zu töten. Aber es klappt schon. Das ist auch tot. Okay. Dann gehen wir mal hier unten weiter. In 9 sollten dann eher noch welche sein. Ah, weil hier sind eher selten welche. Das sind eher Renoplos und sowas. Na doch, sind auch ein paar. Vielleicht sind die ja einfach so... ...dazugekommen. Dann machen wir dich noch mal kurz fertig. Ah, na komm schon. So. Die sind viel zu klein, um mit den Doppelklingen da irgendwas zu treffen. Das ist das Problem. Bist du tot? Nein. Bist du jetzt tot? Ja. Okay. Gut. Noch 5 Monster. Dann gehe ich mal nicht dort runter. Das wäre ja Blödsinn. Halt-ID ist aber immer gleich. Nur Passwort nicht richtig. Genau. Das heißt, das Einzige, was du... Ja. Du musst kurz aktualisieren und dann kannst du das neue Passwort dann eingeben, sobald ich es sende. Zeradou und Dafa nicht versbohrt bei Splatoon. Das trägt euch jetzt ewig hinterher. Ja, also so ein Command... Es wäre vielleicht schon hilfreich. Müsste ich mir noch überlegen. Hört auf die EU-Preise zu töten. Sie haben nichts gemacht. Ansonsten gäbe es keine Quests dafür, wenn sie gar nichts gemacht hätten. Denk mal da dran. Okay, Hauptziel erfüllt. Leider war es nicht meiner. Schade. Alles mit dem Command. Ich überlege es mir vielleicht noch. Es ist vielleicht keine schlechte Idee. Darf ich dir einen Vorschlag geben, damit alle dran kommen können in 4 Ultimate? 4 Ultimate geht noch so lange. Ich gehe mal davon aus, dass da alle dran kommen werden. Also kurz raus und wieder rein. Ich gehe mal davon aus. Ich habe es selber noch nie gemacht. Da musst du den Chat fragen. Kannst du mir aber gerne mal so einen Vorschlag... Genau. Schreib mal, wenn man einen Vorschlag. Vielleicht ist es sehr sinnvoll. Nur wenn es darum geht, Leute, die schon mal drin waren, nicht wieder reinzunehmen, dann ist es blöd, weil dann muss ich Liste führen und dann muss ich doch noch mal jemanden reinnehmen, weil ich nicht genügend Leute vielleicht später habe und sowas. Wäre ein bisschen blöd. Ihr hasst es ja einfach nur. Nein. Spot ist auch super. Ich bin nur fürs Jetpack. Es verliert seine freie Meinung. Oh Gott. Im Quest-Geschafft-Bildschirm fallen wir ins ewige Nichts. Ah, schön. So. Bekommen werden wir wahrscheinlich nichts sowas Tolles. Äh, ne, glücklich nicht. Aber gut, wenigstens die Quest haben wir geschafft. So, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ob sie jetzt weiterhin... Boah, Jetpack? Ja, während Splatoon gab es die Abstimmung zwischen, ähm, Hoverboard oder Jetpack. Und da haben sich meine Mods so ein bisschen zerstritten. Ich bin Jetpack. So, Remobra Heilmittel. Okay, es geht weiter. Äh, mit den kleinen Viechern. Erlege sieben Remobras auf dem Himmelsberg. Okay. Das kriegen wir auch noch so hin. Ah, die beiden Sachen behalte ich einfach mal. Aber essen werde ich. Ist vielleicht nie verkehrt. Ja. So, jetzt. Was hast du gerade gesagt, Dragon? Wann? Was habe ich wann gesagt? Große Meinungsspaltung hat stattgefunden. Ich weiß nicht, wann. Wann, wann du meinst. Das ist ja so. Das ist gerade mein Problem. Ähm. Ja gut, nach der Quest geht es ja mal ein bisschen wieder weiter mit großen Viechern. Jetzt haben wir halt gerade noch so die Sammelquests und sowas alles. Das wird es aber wahrscheinlich immer geben. So teils, teils. Oh, ich habe noch gar nicht so Rüstung nachgeschaut von den ganzen Leuten. Ist gerade mir auch noch nicht schlimm, aber egal. Okay, das passt. Ein Virus. Passt auch alles. Und das passt sowieso. Wunderschön. Ich meine, bei der Splatoon-Entscheidung. Ach so, was ich gesagt habe. Ah, äh, Hoverboard natürlich. Ich meine, als alter Zurück-in-die-Zukunft-Fan musste ich einfach das Hoverboard nehmen. Ich habe ID schon mal eingegeben. Ist das richtig? Ja, das kann ich schon drin lassen. Wobei, nee, du musst ja dann aktualisieren. Du darfst die ID erst eingeben, wenn du aktualisiert hast. Und dafür muss ich erst das neue Passwort eingeben. Wenn man in der letzten Sekunde beim Vulkan runter springt, steckt man in der Luft fest. Okay, das ist interessant. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Aufbrechen. Ja, das ist voll der lustige Bug. Okay. Äh, Mobras also. Na dann. Meine V-Bälle. Hashtag unnützes Wissen. Ja. Gut, bin nämlich auch für das Board. So, wo sind die? Ach so, da oben immer. Genau. Stimmt. Hätte ich beinahe schon wieder vergessen, wo die Viecher immer rumhängen. Aber dort sollten auf jeden Fall welche sein. Und wir brauchen ja nicht ganz so viele. Das ist ja das Schöne. Keine Remobra hier? Nein? Also, so gar nicht? Die sind doch immer hier. Hallo? Du kannst es ja so machen, dass du jemanden random auswählst. Mit einem Zahlengenerator von 1 bis 30 zum Beispiel. Ja, aber das wäre doch genauso Zufall. Und die kommen dann halt dran. Es ist fertig. Ich will es sehen. Nach der Quest will ich es unbedingt sehen. Ähm. Ja, wie gesagt. Das wäre dann genauso Zufall, wie wer schneller ist. Vielleicht mache ich es dann mal so, wenn Kibaru jetzt beim nächsten Stream auch nochmal dran kämen würde, dass ich ihn dann mal rauskick. Dass ich mir das vielleicht so ein bisschen merke. Aber, ja, ansonsten haben, wie gesagt, heute haben jetzt dann, ähm, zwölf Leute die Chance mitzumachen. Und so viele sind wir jetzt ja wirklich nicht. Sehr schön, meiner war's. Wunderschön. Tja, das ging schnell. Also, wie gesagt, der Zahlengenerator, der ist genauso zufällig, wie wer zuerst drankommt, der, ähm, ja, der schafft es. Genau, wir wollen es sehen. Dann regt sich niemand auf. Natürlich regt sich dann jemand auf. Wieso wurde ich nicht gewählt und sowas. Das ist, das ist genau dasselbe. Bloß halt auf einem anderen Prinzip. Hier mache ich jetzt halt, wer schneller ist, der kommt dran. So ist es. Ja, und vor allem, wie soll ich das denn machen? Wie, wie soll ich denn bestimmen, wer denn drankommt? Viele Leute sind gar nicht im Chat. Das ist ja das nächste Problem. Weil dann müsste ich jeden dazu, ähm, animieren, irgendwas zu schreiben. Hallöchen, kennabt. Schön, dass du dabei bist. Leute regen sich trotzdem auf. Und wie gesagt, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Leute gerade eben dabei sind, die mitmachen wollen. Das ist ja das andere Problem. Manche Leute, ja, gucken einfach bloß zu. Was ja auch ihr gutes Recht ist. Und joinen dann halt nach. Es dauert halt einfach bloß länger. Und das ist komplizierter für mich. So muss ich sagen. Also ich will richtig verstehen, wenn du sagst, dass du eine neue Gruppe, dann muss ich also ID und Passwort eingeben. Ja klar, du musst alles eingeben, aber die ID bleibt hier ordentlich gleich. Du musst nur davor aktualisieren. Ich will eine große Monster-Variante von Remobra haben. Das Design ist durch Minimalismus cool. Ein großes Remobra wäre wirklich cool. Das hätte was. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Äh, fertig. Wer ist das für schön, wer zuletzt lacht, hat den besten Ping. Ähm. Egal wie man es dreht und wenn, es wird sich eh immer jemand aufregen. Das ist es halt. Es wird immer Leute geben, die nicht reinkommen. Und es wird immer Leute geben, die enttäuscht sind. Und es gibt immer Vollidioten. Das ist leider immer so. Remobra Drom confirmed in Monster Hunter 5. Das wäre halt irgendwie witzig, weil Remobras folgen ja immer Drachenältesten. Und das Remobra Drom müsste dann halt mega Drachenältesten folgen. Das wäre cool. Ja, man kann hier alle zufriedenstellen. Ja, leider nicht. Ich dachte mir an Remoboss. Remoboss. Das wäre cool. Remoboss hat was. Hä? Schon wieder nächste Quest? Das war interessant. Ein Remoboss-Monster habe ich schon für den Unite erwartet. Wie gesagt, es hat Potenzial. Auf jeden Fall. Gidmaster. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Absprächer zum Himmelsberg gemacht hast. Hä? Was meinst du? Diese Gegend ist so eigen wie meinen Frauengeschmack. Stimmt's? Hä? Ich wurde dort geboren. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, von den Bergen hin hin zu zustarmen. In meinem Dorf hat man Geschichten von einer großen Schlange erzählt, die auf dem Berg gekrochen ist, nachdem sie verwundet wurde. Vor lauter Schmerzen hat sie den Berg umschlungen, so fest sie konnte, und hat dem Gipfel zu seine heutige Form gegeben. Aber wer glaubt schon am Märchen? Der Gildmeister jedenfalls nicht. Und jetzt zieh los und jage. Aber pass auf. Dass du nicht von bösen Schlangen der imaginären Art gefressen wirst. Hä? Okay. Ja, habe ich keine Ideen mehr. Sorry. Kein Dünn. Es ist ja immer schön, wenn Leute da versuchen, was besser zu machen. Oder, ja, ihre Ideen einzubringen. Nur, wie gesagt, es bringt halt nichts. Wenn ich das geschafft habe, dann warte ich auf 2017. Okay. Aber ganz ehrlich, es war doch langweilig, wenn es keine Idioten gäbe. Das ist saumäßig langweilig. Das ist wahr. Du musst noch auf den Link warten. Ja, ja. Ich warte noch auf den Link. Ha, hint, hint. Ja. Kleine Wink mit dem Zaunfall vom Dings. Ähm, vom Gildmeister. So, währenddessen werden wir natürlich schon die nächste Quest aus. Gravios. Ähm, Gravios hat... Na, die Waffe passt eigentlich. Ich schaue jetzt bestimmt nicht nach, was der Gravios von Schwäche hat. Das wird schon so passen. Dann ist der Moran-Fight besser. Dann kämpft man gegen ihn und Remobos. Ach, du große Güte. Zwei von der Sorte will ich aber nicht haben. Hm. Mit Doppelabwehr-Quest. Macht doch gleich Schau, äh, Laoshan-Lung und Schengau-Ren gleichzeitig. Das wäre mal richtig cool. Ne 8er-Quest, also 8 Leute, die dann theoretisch gleichzeitig die Stadt vor Laoshan und Schengau-Ren, die gleichzeitig theoretisch von anderen Seiten auf die Stadt zukommen, beschützen muss. Das wäre cool. Allgemein, ja, größere Verteidigungs-Queste oder sowas wäre richtig cool. Was, ich habe da mal eine Regel? Ähm. Regelbrecher gegessen. Ah, danke schön. Ist die Quest. Sie ist stabil. Glück gehabt. Äh, Remobra-Lost. Folgen deinen Yamazukami-Laoshan-Lung und Fatales. Whatever. Ja, Zaunpfeil, ich glaube eher, das war ein Laternenpfeil. Ach so, ein Laternenpfeil. Ja, so ein bisschen. Es war dezent angedeutet, ne? Wie ist der, die? Genau, steht unten links. Jetzt müssen wir es doch noch sagen. Es ist merkwürdig, dass die Leute einfach nicht lesen können. Laoshan-Erkanto und du kannst los, genau. Äh, und Passwort steht dahinter. Dafür steht PW. Oder eine 32-Quest, wo man Dundorma vor Kuschala, Teostra, Kamelios und Fatale schützen muss oder so. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber gut. Ähm. Blobfox, Bubble oder irgendein anderer Mod. Kommt der Link. Ansonsten müsste man jetzt nach dem Gravius warten. Auf den winkenden Tigrex. Genau, PW ist die Abkürzung für Passwort. Aber ich dachte eigentlich, dass das universell klar wäre. Ich hab's doch nicht verpasst, oder? Ja, wir warten noch mal ganz kurz. Ansonsten Ja, kommt ja auch gleich dann, denk's. Geht's ja auch gleich dann weiter. Ich kann lesen, aber ich frag mehr, äh, mehrmals nach. Ja, ich mein, nachfragen ist ja nie verkehrt. Bloß ist halt blöd, wenn man 20 Mal, ähm, das geht von unserer Spielzeit ab. Ja, wir gehen ja los. Ähm. Ähm, ja, man kann ja mal nachfragen. Bloß ist es halt ein bisschen ärgerlich, wenn dann halt wirklich 30 Mal, ähm, gefragt wird in einem Stream. Das geht dann halt ein bisschen auf die Nerven. Bubble muss noch. Okay. Bubble, her mit dem Bild. Ich will's sehen. Ich glaub, du musst in den Command, sofern er kommt, doch noch die ID und das Passwort reinschreiben. Ja, und wenn, dann ausgeschrieben Passwort. Ich seh schon. Haben ein paar Probleme, mach die Quest, ich komm gleich. Okay, kein Thema. Kein Thema. Oder eine 4-Request, wo alle Flashmonster nacheinander kommen. Was sind Flashmonster? Nicht schreiben, was Flashmonster sind. Ich will's nicht wissen. Ich hab bloß keine Ahnung, was, was du damit meinst. Außer es wäre kein Spoiler, was Flashmonster wären. Dann kannst du schreiben, weil ich bin gerade eben von dem, von dem Ausdruck verwirrt. Sonst zu mir schicken. Ja, genau. Muss ja nicht am Bubble sein, kann ja an jedem Mod sein. So, zack. Und. Nein, ich bleib Bubble-treu. Ah, schön. So, Gravias. Dann zeig mal, was du so kannst. Okay, und los geht's. Ähm. Was, okay, ich will Nerven aus Stahl bei Ebay kaufen. Was? Was willst du tun? Ah, ich werde die ganze Zeit bloß durch die Gegend geschubst. Oh Gott. Okay, nebenfest haben wir. Sehr schön. Und das Vieh ist auch schon ziemlich demoliert. Oh ja, das arme Vieh. Auf jeden Fall. Wow. Bist schon wieder drauf. Krasse Sache. Na gut, klar. Oh, jetzt auch noch auf der Brust. Das ist immer so. Ah, das tut mir immer so leid. Wenn man dann die Brust weghaut. Oh. 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 Aum ist Vieh. Na ja, die Monster wie Kushala bei DOS oder Naga bei Unites oder GO bei 4Ultimate. Die Hauptmonster. Ach so. Oh, die Title-Monster oder Flagship-Monster. Wie meinst du? Das wäre mal witzig, ja. So ein wirklicher Flagship... Kushala ist halt ein bisschen blöd, aber so ansonsten. Rathalos, Nagakuga, Tigrex. Dann hier ist es ein bisschen schwierig, weil es ist ja an sich nicht... Es ist ja an sich nicht Gore, sondern es ist ja an sich Seregios. Also ein bisschen was. Wäre cool mal so eine Quest mit den ganzen Flagship-Monstern. Rolle, Grafius, Rolle. Da kommt der Link, okay. Nennt man die nicht eher Core-Monster? An meinem Fachgriff habe ich es auch nicht so. Wie gesagt, es sind ja eigentlich Flagship-Monster. Hat es verdient, das war die Rache von vorhin. Leute, man kann auf die Brust springen? Nein. Ich glaube, wenn er erschöpft ist oder sowas, dann haut man ihm auf die Brust. Das ist so. Aber wie gesagt, es tut mir immer so leid, weil das ist halt richtig krass. Gut, ich meine, auf dem Rücken ist auch nicht viel angenehmer, aber trotzdem. Einfach mal die komplette Brust aufsäbeln. Boah, armes Vieh. Ich meine, ich mag den Gravi, ist der sowieso. Deswegen ist es umso schlimmer. Jetzt schauen wir noch mal, was das nächste Bildchen ist. Hallo. Sehr schön. Wirklich wieder sehr schön geworden. Wunderbar, wunderbar. Ja, richtig, richtig gute Arbeit. Ich kann es halt richtig bildlich vorstellen. Soll ich das so schön... Hallo. Wunderschön. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für die wunderschönen... Ja, ich will es nicht unbedingt Fan-Arzt nennen, aber für die wunderschönen Bildchen. Wirklich sehr passend, wenn wir zum Streamen. So. Zack. Und fertig. Rip Gravius, es tut mir nicht leid. Der Arme. Der Arme. Rathalos, Azur-Rathalos, Kushala, Tigrex, Naga, Lagia, Zinogre, Brachy, Gor und Zeregios in einer Quest werden ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich. Aber... Ist das alles stark, stellend Monster Hunter. Ist richtig geil. Imperial Fan Art. Ähm. Ach, du kommst auf den Bauch, wenn der Rücken kaputt ist. Ah, so funktioniert das. Wusste ich gar nicht. So, na, komm schon, hör auf zu reden. So. Wie geht es denn weiter? Erntetur Vulkanmulde, die machen wir natürlich erst ein bisschen später. Jetzt geht es weiter zu Freie Giftwahl. Ach, die wurde jetzt erst freigeschalten. Ah. Ähm. Portable Secken ist bei uns für den Unite. Ja, für den 2. Ja, das ist so. Aber toll. Ach so, ja, ja, genau, genau. Und da war es Tigrex. Zu Generations grundsätzlich keine Spoiler. Genau. So, hier drum. Weiter geht's. Mortal Kombat in 4 Ultimates Teil. Dragon vs. Gravios. Hm. Die Generations sind diese 4 besonderen. Das darf man sagen, weil die im Trailer zu sehen sind. Hier nochmal der Link. Ach so, ja. Äh, okay. Machen wir weiter. So. Genau, einfach mit Generations ein bisschen zurückhalten. Dann passt das alles. Äh, okay. Alle bereit? Nee, ich sollte noch essen. Das ist vielleicht ganz gut. Und dann legen wir nochmal den, ähm... Ach, wie hast du denn jetzt den Iodrom um? Noch zwei Seiten Quests, dann Hiring Boys. Noch zwei Seiten? Yay! Es wird wieder eine endlose... Oh, Baum. Baum? Nie verkehrt. Es wird wieder so eine endlose Quest-Reihe, sag ich mal. Oh Gott. Hilf, Frank. Weißt du, wer will ich schnell Sandy bekommen, außer zu jagen? Irgendwelche Tipps, äh, Sachen verkaufen. Du hast bestimmt viele Monster-Materialien, die du nicht brauchst. Und die kannst du einfach verkaufen. So, alles blinkt, alles blitzt. Wunderbar. Weiter geht's. Aber da einfach mal auch... Oder Erze verkaufen oder sowas. Das geht immer ganz gut eigentlich. Wenn du sie halt nicht brauchst. Aber wenn du jetzt 100 Eisenerz hast, dann kannst du mal 50 davon weghauen oder sowas. Die wirst du nie brauchen. Als erstes die Iopreys und jetzt die Iodrom. Ja, Monster. Na, ich meine, der Iodrom hat jetzt eh schon die ganzen Iopreys verloren. Da können wir ja auch die erlegen. Also, den erlegen. Also, was ich mir wünsche, ist eben, dass du genau vor dem Tigi winkst. Ähm, werde ich machen. Beim nächsten T-Rex werde ich mal diese Szene nachstellen. Werde ich mir merken. Da wir es lange nicht hatten. Gekko. Genau. Der gute alte Gekko. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der das die ganze Zeit mit dem Gekko geschrieben hat. War aber ein sehr schöner Stream. So, oh Gott. Ich sehe gar nichts mehr vor lauter I.O. Sehe ich ja gar nicht mehr, wer wer ist. Du bist drauf. Okay. Dann kümmern wir uns mal um die kleinen Viecher. I.O. Ja, schon, ja. So, da nochmal drauf. Und das sollte es jetzt beinahe schon gewesen sein mit ihm. Armes Vieh. Okay. Und hier nochmal. Das Problem ist halt, dass er immer so ein bisschen zu klein ist. Das heißt, mit meinen Ausfallschritten und sowas komme ich meistens zu weit. Aber mich würde es wundern, wenn er Ogath vergiftet. Was tue ich jetzt nur? Ich habe nicht mal ein Kaltgetränk auf der Quest genommen, weil es mir so egal ist. Wenn der es nachstellt, dann musst du aber auch Hello sagen. Mit einer leicht schüchternden Stimme. Genau. Werde ich tun. Sie sind die Beute und wir sind die Jäger. Das kenne ich auch. Ich will auch drauf springen. Na toll. Ich habe es nicht geschafft. Ich hoffe, den RTL Nachmittag nachzumachen. Was? Wegen den Monstern töten? Okay, da humpelt er. Was, ich jetzt neue Dragon-Kekse? Was? Seit wann habe ich Kekse? Ich dachte, ich hätte ein Monster-Kochbuch. Keine Kekse. Von Keksen war keine Rede. Ich wollte auch bloß mal kurz einen Trank nehmen. Danke. Jetzt kommen wir ja weiter draufhauen. Erst erst die Kinder und dann die Mutter. So würde ich das nicht sehen, Nicknack. Das ist eher zuerst die, äh... Ja, zuerst die Untergebenen und jetzt der Anführer. Weil ein Iodrom ist nicht zwingend die Mutter von Iopreys. Oder Vater. Ne, wie gesagt, das sind... Ist eigentlich ein großer Ioprey. Wird eigentlich zum Iodrom gemacht. Ähnlich wie bei den anderen Viechern. Ich hoffe, lieber Drangens Monster-Kochbuch. Das sind die nämlich drin. Ah, zum selber Backen. Das Krümel-Monster, genau. Drangt hier Queller was ab? Drangt kann den MH4u... Bubble kann den MH4u fliehen. Was? Erst das Rudel und dann der Boss, genau. So ist es eher. Ich meine, wie gesagt, dem Boss bringt es auch nichts mehr, wenn er, äh... Wenn er keinen Rudel mehr hat. Vanillos 30 Minuten Küche. Genau, für die schnellen Rezepte. Wenn der große Hunger mal kommt. Sehr schön. Willst du ein Schoko-Eis haben zu dieser Hitze, was? Ein Kopf nochmal. Wir haben sogar den Kopf abgeschnitten. Das... Das ist ein bisschen brutal. Das gebe ich zu. Was? Hex? Hexen, nie gut. Aber damit haben wir den Iodrom auch wieder erledigt. Sehr schön. Geht gut gerade eben. Geht richtig gut. Wir haben es erst 22, 42. So, weiter geht's. Das heißt, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit mit den Leuten. So, sind es wirklich noch zwei? Wenn ich mit Großschweid dabei bin. Achso, dann ja. Oh Gott, ja. Okay. Die Iodrom-Kopf wird aufgehängt. Genau. Oh Gott, das Bild wird kommen. Oh je. Oh je. Die nächsten sind dann auch noch mit Ausbruch. Na gut. Königliche Audienz. Da passen meine Waffen sogar sehr gut. Wunderbar. Wird es nicht ein bisschen brutal? Das mit dem Iodrom-Kopf? Oder bloß in aufgehängter Form? So am Kamin vielleicht dann irgendwie schön aufgehängt. Ja, dann schauen wir mal, was da jetzt wieder kommt. Was ist dein schwerstes Dragon-Gericht in deinem Kochbuch? Hm. Bin gespannt auf das Bild, ja. Hallo, andere Mods? Das schwerste Monster? Schwierig. Dönnerspieß. Wenn dann ein Donnerspieß. Was macht man denn aus weißem Fatales? Das wäre, denke ich, ziemlich gefährlich. Oh, fangen sogar. Es gibt auch Velocidrogen, Gendrom und Gypkaus-Köpfe. Ja, es gibt ein paar Köpfe. Dann nehme ich auch mal eine Falle mit, falls alles schief geht. Wie gesagt, ich weiß gerade bloß nicht, was könnte man denn aus... Die Punkte zahlt sich dabei nicht nach Low-Rank aus. Es ist aber Low-Rank. Nein, es hat auch was mit Bunny-O zu tun. Achso, okay. Haha. Pläsi auf Javier, was denn sonst? Soll von dem Kamin sitzen mit Pfeifen und den Kopf verbunden. Fatales Weißbrot ist gut. Weiße Fatales Brust mit Fatales Teufelsauge. Mit rotem Fatales Teufelsauge und schwarzen Fatales-Hörnern. Dann hätten wir nämlich... Und eine Fatales Grillplatte. Ähm... Das wäre dann Fatales Brust. Also weiße Fatales Brust. Ähm... Roter... Roter Feuernacken. Äh... Scharfer roter Feuernacken. Und... Ähm... Vom Schwarzen nehmen wir... Nehmen wir Flügel. Nehmen wir Fatales Wings. Keine Ahnung. Was nehmen wir denn vom Schwarzen? Wie gesagt... Nackensteak, ein bisschen Brust vom Weißen. Echt Cheering-Spieler machen Low-Rank-Quest? Ja... Weil ich Low-Rank-Quest mache. Ich bin noch nicht Low-Rank. Aber sie haben bloß High-Rank... Also Ende High-Rank-Equip. Deswegen. Ähm... Ja, genau. Das Geräusch ist die Diablo-Stick. Ein leichter Kaktusblütensoße. Wie gesagt... Fatales Chicken Wings. Ja, genau. Also... Weiße Fatales Brust. Ähm... Wow. Und was zum Trinken? Zum Trinken nehmen wir dann... Ähm... Devil-Jus-Spucke? Devil-Jus-Spucke zum Trinken? Ah, Gott. Oder, ähm... Was gibt's denn für... Oh, ich glaub, ich wollte gerade wieder angreifen, während jemand drauf war. Ich hätt' Bock auf Kamelos-Klöße. Hahaha. Na, ist doch schön, wenn welche... Gibt die in mir dringend Fängen helfen. Ja. Sagst du, Fatales willst du kämpfen und du schmeißt ihn um? Ups. Hab ich gar nicht gelesen, muss ich sagen. Ich war die ganze Zeit wieder auf den... Auf den Chat fixiert. Ich geb' den 1%, dass er es überlebt. Der Fatales, was? Lass die haben Monster in Ruhe. Hahaha. Äh, nee. Werd' ich nicht tun. Oder Kamelios-Zunge. Bäh. Hahaha. Okay, und das war's. Sehr schön. Wunderbar. Oh, Kelbimilch. Kelbimilch ist gut, ja. Was gibt's denn noch so? Was könnte man denn noch nehmen? Ich überleg' grad. Hm. Ja, aber Kelbimilch passt gut. Und... Dann vielleicht noch ein bisschen... Hm. Wir brauchen noch irgendwie Beilagen. Irgendwas Gemüsiges vielleicht oder sowas. Ähm. Schuppe, packen wir das erstmal ein. Und noch ein bisschen Drachenältestes Moos dazu. Genau. Das passt dann. Dann haben wir ein schönes Drachenältestengericht und damit wohl das schwerste Gericht, das es gibt. Katarantalos hat nur auf die Schnauze verdient. Hahaha. Ja, das war eine schöne Fatales-Platte. Hätte ich Lust drauf. Ah, schön. Ja, mal zu Kami-Spinat. Das geht auch. Genau. Hahaha. Schön. Äh, weiter geht's mit den Quests. Dessert? Oh, Dessert war schwierig. Ukandlos. Ukandlos-Eis, würde ich sagen. Oh, erntete Vulkan haben wir jetzt auch freigeschalten. Oder bis andere. Ich weiß es grad gar nicht. Rathalos-Lauf, er jage einen Rathalos. Ja gut, dann halt nochmal. Irgendwas mit Ukandlos. Hm. Irgendein Eis in einem Ukandlos-Krau... Ähm, ähm... Im Ukandlos-Panzer serviert. Das schwerste Gericht des Yen Moran eingelegt den Drachenältestenblut. Kommt jetzt drauf an. Das schwerste im Sinne von schwer vom Gewicht her oder schwer im Sinne von schwer zu besorgen. Goldbart-Musee. Hm, das war auch lecker. Kaltgetränke können... Na, ich nehm wieder ein paar... Ne, ich nehm keine mit. Ja, aufbrechen. Ich hab ihn nicht gegessen. Egal. Passt schon. Jetzt nimmt der gefangene Rathalos Rache, ich schwör. Ukandos ist kein Drachenältesten in Flugwifern. Ja, ich weiß doch. Aber wir haben ja auch nie gesagt, Drachenältesten. Gericht. Achso, der kommt sogar hier. Ist mir gerade im S.T. aufgefallen. Okay. Rathalos hier. Achso, der kommt dort hinten. Ja, da ist der schnellste Weg. Was? Niemals? Wobei ich es auch nicht ganz verstehe, dass er als Flugwifern zählt. Aber naja. Er wird für mich immer ein dickes Bossmonster bleiben. Also ist er ja auch, aber immer ein Drachenältester. Der Dragon hat zu viel Skill, er muss nicht essen, genau. Das ist aber mal der Disrespect an den Rathalos. Eigentlich beides wegen dem Transport und der Bearbeitung. Achso. Ja, gut, aber so zum Erlegen ist er ja nicht schwer. Überhaupt ranzukommen, das ist ja das Schwere beim Fatales. Hier ist er. Ähm. Stellt euch mal einen fliegenden Okanlos vor. Majestätisch. So kann man es auch nennen. Das bringt überhaupt nichts. Skizze ist fertig. Okay. Devil Your Blut in einem Reserve Tank aus Super Metroid reserviert. Dafür sind die vielleicht sinnvoll. Genau. Als Blutaufbewahrung. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, verdammt. Ja, der ganze Chat ist jetzt schon auf das Bild gespannt. Du bist heute echt das Highlight des Streams, ähm, Blob Fox. Sehr schön. So, da nochmal kräftig durch. Oh Gott. Hier lernt sogar ich das Fliegen. Nebenquests, was auch immer die... Oha, okay. Was auch immer die Nebenquests sein soll. Oder war. Keine Ahnung. Aua. Wenn ich ihm noch angreifen kann. Ich hasse das. Ich zähme sie. Noch sind wir noch nicht in Monster Hunter Legends. Äh, Stories. Genau. Dass ich nicht mehr hacken darf. Er fliegt wieder rum. Lass Bubble doch hacken. Fliegende Okanlost, da will ich haben. Mit Engelsflügeln. Ja, wie gesagt. Monster Hunter Stories kommt noch nicht ganz raus. Du kannst ihn noch nicht wirklich zähmen. Okay, und der fliegt ins Nest. War ja irgendwie klar. Das ist das Glitzerding. Ist es jetzt gerade weg? Es war doch gerade noch da. Da ist es. Ich will es haben. Okay, eine Wirwanträne. War irgendwie zu erwarten. Ah, der ist doch gar nicht im Nest. Der ist noch in dem Großen. Ja, gut. Auch recht. Echt, ups, äh, falsches Spiel. Könnte mit Teufelslügeln. Genau. So, er ist gerade direkt über uns. Ah, ne, jetzt hier. Okay. Darf ich nicht spoilern, dass ich dringend gequetsse von New Bank. Ja, wie gesagt. Bitte nicht spoilern. So. Noch kurz hoch. Äh. Komm ich da irgendwie ran? Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Toll. Okay, nochmal drauf. Er zerheckt doch nur seine Blasen. Wow. Wie bin ich da irgendwie angeflogen? Hoppla. So, und durch. Sehr schön, haben wir den zweiten. Repratalos, der sehr junge Drache. Ich würde gar nicht sagen, dass er so jung war. War bestimmt eine ganz alte Sache. Der musste einfach weg. Hatte keinen Sinn mehr. Aber damit haben wir jetzt auch den zweiten Ratalos erledigt. Sehr schön. Und dann, ja, können wir mal schauen, was so weiter noch kommt. Wahrscheinlich fängt es jetzt bald an mit den, ähm, na. Mit den Ausbruchquests. Schauen wir mal. Bin da noch sehr gespannt. Vor allem bin ich sehr gespannt, wie weit wir heute kommen. Jetzt ist ja beinahe 23 Uhr. Das heißt, beinahe der letzte Wechsel für heute. Ich denke, High Rank bekommen wir heute hin. Das sollte eigentlich passen. So, zack. Alles mitnehmen. Wunderbar. Ja, nochmal ein bisschen Zeug. Und dann geht's schon weiter. Raches Blutwurst. Oh, wow. Ein sehr, sehr kleiner Ratalos. Goldkrone sogar. Sehr cool. Richtig, richtig schön. Okay. Was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, zeig her, was du noch so hast für mich. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ähm, hartes Terrain. Ein Zinogre. Ja gut, da kann ich die Drache, äh, die Blitzwaffe natürlich... Was, ich grüße mich selber. Da kann ich die Blitzwaffe natürlich vergessen. Bei Mini gibt es nur Gold. Sicher? Ich grüße mich selber, wenn ich das LP gucke. Okay. Ähm, hm. Der hat ja eigentlich ne Eis... Oh, stimmt, ne Eis und Wasser. Guck, er war jung. Sehr kleine Ratalos. Vielleicht war er auch einfach bloß kleinwüchsig. Kann genauso sein. Bei Mini gibt es nur Gold. Wie gesagt, wusste ich jetzt gar nicht... Sicher? Keine Ahnung. Ja, gut. Ja, meine Güte. Machen wir einfach mal den. Was haben wir hier denn so? Einen Schweif, ein paar Schuppen, okay. Okay, bei Mini gibt es nur Gold. Bei Maxi gibt es Silber und Goldkronen. Okay, wie gesagt. Es ist scheinbar eine neue Regelung. Aber interessante Sache. Ähm, Zinogre, joa. Ich kann mal langsam anfangen, mehr Zeug mitzunehmen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Der ist so flach, da merkt man gar nichts. So, null Wären kann ich mitnehmen. Wunderbar. Dann geht's los. Ich hab schon wieder... Hab ich gegessen oder nicht? Nein, ich hab nicht gegessen. Dann esse ich nochmal kurz. Zinogre ist vielleicht doch nicht ganz so sehr zu spaßen. Das und das. Wunderbar. So langsam sinkt das Niveau. Ich glaub, man kann's auch nicht ewig verhindern. Vor allem ist es beinahe schon 23 Uhr. So, und los geht's. Unser erster Zinogre hier. Na gut. Das wird ja auch noch funktionieren. Ist ja nun nicht mal High Rank. Hälfte ist geschafft. Oh. Das wird spannend. Nein. Weitere Fahrtbälle weg. So. Dann will ich jetzt den Zinogre nicht verpassen. Du wirst eh nicht auch viel von ihm sehen. Wir werden eh so umkommen wollen. Das arme Vieh. Diesmal sinkt es nicht. Es sinkt. Was sinkt es denn für uns? Das Niveau ist für fast 23 Uhr eigentlich noch viel zu hoch. Es ist schönerweise so hoch. Das ist es. Ich kann nicht mal ein Haus zeichnen. Okay. Zinogre ist voll das süße Kleine. Naja, es geht eher in Richtung Wolf. Aber gut. So. Jetzt ist aber gleich ein süßer kleiner Tote Wolf. Aber na gut. So soll es halt sein. So. Und jetzt einfach mal kräftig durch hier bitte. Oh Gott. Das arme Vieh. Wow. Schnell wieder rein. Ähm. Da so. Okay. Äh. Hilfe. Da so rein. So. Und weiter drauf. Er konnte sich nun nicht mal aufladen. Wow. Wie wäre es eigentlich mit Brachadios Pudding? Äh. Wäre explosiv würde ich sagen. Hat einen explosiven Nachgeschmack. Aber sonst sind gut. Es ist nur so ungewohnt, dass das Niveau so hoch ist. Achso. Ja. Ja. Amazinogre. Ja. Manchmal kann einem das, die Monster schon echt leid tun, muss man sagen. So. Und hier nochmal durch. Hallo. Hier nochmal durch, habe ich gesagt. Danke. Das explodiert dir doch im Mund. Du musst es halt schnell genug essen. Dann passt das. Dann verdaust du es vielleicht schon. Bevor es explodiert. Nur die Frage ist dann halt, was passiert. Aber natürlich keine, ähm. Ah. Keine Haftung, wenn irgendwas passiert. Komm zurück, Zinogre. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Zinogre. Ja, beinahe. Der arme. Schon wieder Tote? Warum? Sie können nichts für eure Aggression. Ich meine, die Monster sind immer selber schuld. Die können sich einfach ruhig verhalten und dann wäre alles gut. Aber nein, sie müssen Ärger machen. Sie müssen Dörfer angreifen. Leute verärgern. Das ist einfach selber schuld. Was? Erster? Ach so, wegen dem Riff Zinogre. Hahaha. Ich wollte es doch nur vermitteln, dass es bald Donner wird. Was passiert, nachdem ihr gegessen habt und aufs Klo muss? Ja, vielleicht, wenn du es verdaust, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so explosiv. Ich weiß es nicht. Du musst dann vielleicht irgendwas, was es dann... Äh, ist es 23 Uhr? Ja. Du musst vielleicht irgendwie was dann Konter essen, sag ich mal. Was es dann irgendwie so wegbringt. Deo. Du musst einfach Deo dazunehmen. Aber Deo ist ein bisschen doof. Hm. Einfach ein bisschen Mundspray hinterher, dann passt das, glaube ich. Mit dem Brachidios Pudding. So, was haben wir denn für eine schöne Belohnung? Vielleicht ein paar Hörner. Ja, Schockfall geht immer. Flugurkerfer auch. Hast, tötet den Imperator. Willst du hier eine Dings? Oder Wasser dazu trinken? Ha, Wasser geht auch, ja. Ist zu langweilig, aber geht. Willst du eine Revolution gegen dich starten? Geht das mit den ersten YouTube-Kommentaren auch so auf den... Ja, natürlich, das geht jedem auf die Nerven. Was? Tötet den Heiligen Imperator? Was habe ich denn bitte verpasst? Nicknack ist gerade eben bloß ein bisschen... ...aufgewühlt, sag ich mal. So, letzte Quest für die Gruppe. Eine Rebellion? Wir müssen es jetzt auch schmettern. Okay, königliche Wache. Jo, Feuerschaden, würde ich sagen. Ah, nein, ich wollte doch nicht ganz normal rauslaufen. Naja, gut. Jetzt eh schon. Nur noch die Farbe. Ich bin so gespannt. So. Gehen wir hier nochmal raus. Dann habt ihr nochmal ein bisschen Zeit in der... ...in der Halle, die ihr verbringen könnt. Wenn ich jetzt noch zu Fuß gehe. So, dann nehmen wir wieder die Brühe oder Ruhe. Die muss ich so dringend aufbessern. Na gut. Weil ein bisschen schwach ist ja doch. Hier wird aber überhaupt keine Rebellion gestartet. Von niemandem. Das wäre ja noch schöner. So. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Äh, königliche Wache. Okay. Aufgewühlt. Ich beschütze die Arbenmonster. Ich sag doch, aufgewühlt. Du siehst einfach gerade nicht das gesamte Bild. Die haben wir nicht vergessen. Ja, ist ganz nicht schlecht. Machst du noch die Baradios-Waffe? Ich hab die Baradios-Waffe schon. Die Doppelklinge hab ich noch nicht, aber die normale hab ich. Oh, ich hab sogar Schwächer. Sehr schön. Aber wie gesagt, meine Schleimwaffe hab ich schon tot im Zeltas. Genau. Äh, das und das weg. Äh, Gegengift ist vielleicht auch nicht verkehrt. Kann man mitnehmen. Und Dio natürlich. Ähm. Ansonsten passt alles. Also gerade eben ist es echt schlimm. Okay. Äh, los geht's. Mal sehen, wie lange die aushält. Auf dem Himmelsberg nistet eine Seltas Königin. Es heißt, dass sie ihre Majestät von einem Soldatenmännchen ihre Art beschützen lässt. Ähm. Ist die PETA ein Monsterhunter? Äh, nee. Da wär's auch irgendwie ein bisschen arg fehl am Platz. Es geht hier ja nicht darum, dass wir Monster quälen, sondern es geht ja darum, dass wir die Leute vor Monstern beschützen. Das ist es, ja. Mh, die sollte da oben sein, nicht wahr? Wenn man den Seltas doch schon mit Feuer berührt, dann verbrennt der doch normalerweise. Ja, eigentlich schon. Oh, Seltas Königin ist dort. Okay. Wenn es so ist, dann schießen wir mit der Gantle ins Weg. Mh, Mh, Mh. Mh, Mh. Da ist Seltas. Da ist die Königin. Denkt doch einer an die Monster. Niemand denkt hier an irgendwelche Monster. Okay, keiner hat sie leider umgeworfen, aber Schaden haben wir gemacht. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Heute nicht? Okay. Und schnell weg. Tja, das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ich bin hier reingerutscht. Das ist irgendwie cool. Okay, dankeschön. Und weiter geht's. Oh, da hat sogar jemand an die Dings gedacht, an die Großen. Hängt doch rein an die Menschen, die sind wichtiger für unsere Entwicklung. So ist das. Okay. Seltas Königin rastet wieder ein bisschen aus. Oh Gott, ein bisschen arg. Wow. Das konnte sie auch schon. Ich dachte, das wäre jetzt Highrank gewesen. Stopp, das Monster sterben. Esst mehr Waffenschmiede. Toll, und dann kommt der Nächste und setzt sich für die Waffenschmiede ein. Das ist doch genauso blöd. Du siehst, du kannst es niemals allen recht machen. Der Einzige, der mir leidtut, ist der Tigi. Ja, manche Monster tun mir auch manchmal leid, aber, ja, jetzt gab es so die Seltas Königin eher weniger. Die kann man halt einfach mal umkloppen. Das geht schon. Halt, nehme ich mit, Seltas Königin. Nehme ich mit. Ah, toll. Hätte ja viel gebracht. Irgendwie habe ich es nicht so, mit den Doppelklingen auf das Monster drauf zu kommen. Vielleicht auch deswegen, weil sie viel zu schnell down sind. Okay, du bist drauf. Oh Gott. Waffenschmiede sind auch Menschen. Das ist es. Es sind die Leute, die sagen, dass man aufhören soll, was zu tun. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh Gott. Jetzt hauen wir hier nochmal so kräftig drauf. Stell dir vor, du machst deinen Spaziergang irgendwo und auf einmal kommen irgendwelche Typen mit Waffen, da stechen dich und nehmen deine Körperteile mit. Naja, so darfst du das jetzt nicht sehen. Das ist tatsächlich so, dass die meisten Viecher tatsächlich eine Bedrohung für irgendwas darstellen. Wenn schon sollten wir Metall oder Holz essen. Ist gesund, habe ich das Gefühl. Ja. Mh. Und so nahrhaft. Einfach das, was der heilige Imperator vorschlägt. Er hat immer recht. Gesegneter sei der Dragonkiller. Okay, und damit haben wir die Zeltaskönigin. Wunderbar. Und ich habe ein Gegengift geschluckt. Gut, aber kann natürlich auch nicht verkehrt sein. Sehr schön. Das läuft gerade eben wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Gefällt mir. Ne. Ne. So. Okay. Holz ist zu fraserig und Metall schmeckt nicht so. Ja, schmeckt relativ fade, muss man sagen. Das heißt fressen oder gefressen die Erden. Ja, so ist das wohl. Also Pech für die Monster. Ich meine, sie werden sich ja immer. Nur vier gegen zwei ist halt auch immer ein bisschen eine miese Kombo. Oder, ja, mieses Duell. Äh, mit Duels kannst du, wenn der Dämonenbalken voll ist oder du im Dämonenmodus bist, äh, durch Drücken von B bei einer Steigung einen Move machen, mit dem diese, kannst du mal, weißt du, einfach die Monster mounten. Habe ich doch schon gemacht, habe ich doch gemacht. Muss mal aufpassen. Soon. Ja, keine Panik. Kunst braucht seine Zeit. So. Zack und zack. Sehr schön. Ähm. Die angebliche Bedrohung macht ja gar nichts. Die Menschen fühlen sich zu leicht angegriffen. Naja, wenn das Ding einfach mal so ein Dorf stürmt oder einfach drüber ladet, so hoppla, dann ist das auch nicht ganz so toll. Okay.